er versucht es nicht nur muss ein code einfach eingehen irgendwelche der sollte die einfach schicken aber das sind so scheiß waffen jetzt gucken ja ein montana blick oder wurde ein loadout gekauft ich hole den drop hast du eine gasmaske willst du mir grad dann was trocken dann kann ich mir auch noch ein cell phone heute spiel ich hab mal meine ich bin so ein stimm beim zweiten drop dann die pump dann muss ich was noch dazu gehört dann bin ich halt auf habe ich halt weiter auf insta geguckt so ein bisschen bin so auf das profil von pandoria gekommen auch und so die sehen hat schon echt hier ist die tür offen team ausgelöscht ah der eine war dauernd dann dachte ich mir kommt da wurde noch ein drop geholt da bei der straße ich würde auch von links da oben sind welche ich habe warte 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 auf welchen ziel zu auf den ich ziele auf den unten noch einer noch habe ich einen habe ich eliminiert warum sind es drei leute gewesen aber sie spielen auf ich war zurück ich gehe hoch noch einer noch oben ist einer noch die sind genau über uns der hat sich hoch geholfen genau über mir ist einer exakt über mir die sind hier drüber ich rücke dorthin ja ist wohl schon du 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 ich packe mir gerade panzerplatten rein immer noch da schön gemacht bei uns vor uns in der city bei der tanke bei der tanke kann sein dass ich deine genommen habe weil ich habe eine aufgehoben habe ich weiß nicht von einer ist sheet break da wo kann man hier hoch feindlicher präzisionsluft schlag deckung ja man kann jemanden kann mich jemand holen wo bist du ja du bist unten ich komm ich komm ich komm wann habt ihr denn gepusht einer noch einer gefinisht noch die maus gelöscht er hat so geschrien alter das war befriedigend wir können max holen aber die kann man auch nicht richtig pushen da gibt es nur einen weg links runter aber der ist zum shop der ist zum shop nein nein beim shop ist jemand beim shop ist jemand chill da ist der bait gelandet einer ist noch ein cluster wäre schon gut jetzt aber das ist ein sinnloser fight wir können die noch nicht so oft wie wir wollen das weg einer ist noch wir haben jetzt schon eine chance weg zu das sind jetzt beide noch was auch der mail der hier eventuell feindliche drohne über uns Da haben wir gerade noch Self-Arriven, ne, am Shop? Oh, die gucken, die gucken, die machen Auge. Das war klar. Gas näher, sich dir! Ein SKO, wir können weiter. Da kommt ein Auto und Shop. Nee, kommt. Die kommen, die kommen, die kommen. Ah, nee, so nicht. Nee, nee, komm weg. Ich stehe an den Shop. Okay. Der droppt beim Shop. Nein! Von wem wurdest du geholt? Ich weiß nicht mehr. Vom Dach raus. Lappen. Hast du geholt? Ah, ja, aber hinter ihm ist noch einer. Ohhhh. Steh auf! Bastard. Ah, das ist ein richtiger Lappen. Also sie waren alle beide Lappen, die ich gekillt hab. Feindliche Drohne über uns. Soll ich ne Drohne ziehen, Digga? Warte, da ist noch einer. Der zieh die Drohne irgendwie? Ah, vielleicht. Da sind sie am besten. Hol' mir jetzt erstmal den hinten am Shop, oder? Der ist Nock. Ja, der stirbt da auch. Sollte mir hintermett gewesen sein. Da ist er. Ja. Der kommt, du musst hin, du musst hin. Der hol' den. Ne, der andere ist woanders. Ja. Ah, jetzt fällt mich jetzt gleich schulen, denke ich. Du musst mal gucken, wo die Mädchen liegen. Wo ist sein... Sein Typen, den ich genockt hab? Der ist hier oben irgendwo, glaub ich, gewesen. Oh, wow. Oh, wo ist denn der? Ah, der ist da. Der liegt da vorne, Mann. Ja. Der wird gestorben sein beim Auffall. Hier, hier. Digga. Oh, der hat schon... Oh, der hat schon... Da, wo ich die beiden gekillt hab, müssten noch, äh... Bode liegen. Da. Hinten in der Garage. Guten Nacht. Ah, schade. Hier ist ne Kiste auf der anderen Seite. Ne, oben oben. Ne, auf der anderen Seite, genau. Ne. Ich mit der Panzerungskiste. Ich hab keine. Aber da ist... Da sind ja Panzerungstaschen. Da ist Gegner. Geht sie? Wo ist denn der? Was ist das denn? Bei mir. Alter, was ist das denn für ein Scheiße? Dein Team ist noch. Jetzt liegt es an dir. Hinten. All weiter. Hey, mach doch die Panzerplatten rein. Ah. Da waren Step Sticks von dir. Im Shop. Ja. faced Schock. Tausend. Versorgungsstation voraus. Tja, dieses Schock hindernot. Syd Organism, der Schock hindernot Verd iOS 3. Let'sMag. Feindliche Drohne über uns. Nein. Wir sind oben, oben. Ziel markiert, Feuer frei. Hier bin ich frei, verstanden. Schlag unterwegs. Einschlag, keine Wirkung. Wunder. Weiter geht's. Da ist noch einer gewesen. Hand beim Loadout. Ich versuch... Ja, ich versuch beim Loadout zu droppen. Links von mir ist ein Fallschirm. Nein! Das kann doch nicht wahr sein, Dicker. Wo, 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 wo? Ist egal, hol den Loadout schnell. Unter meinem rechten oder unter meinem linken Fuß? Junge, die sind direkt beim Loadout jetzt. Ja, jetzt. Zu spät. Ja. Hol dir seine Waffen schnell. Die schießen auf dich. Die schießen auf dich. Du musst weg. Du musst weg. Du musst weg. Die schießen. Au. Da ist ja einer gewesen. Ich baue mir jetzt mal was Neues zusammen. Ich brauche mal Abwechslung. Die RAM hat mir grad gar nicht gefallen. Ich baue mir jetzt mal.